Der Standardsatz ist, ja bei uns in dem Sport passieren keine Gehirnerschütterungen. Den Satz, den höre ich so oft, den bin ich schon ziemlich leid und den habe ich kürzlich wieder gehört, im Judo zum Beispiel, mehrere Male und gestern war ein Judo-Kämpfer bei mir natürlich, der Probleme nach Gehirnerschütterungen hat. Und da muss sich der Sport einfach öffnen und proaktiv mit dem Thema umgehen und dann gibt es auch weniger Leute, die langfristige Probleme haben. Der Wissenschaftspodcast der Deutschen Sporthochschule Köln. Herzlich willkommen zu Eine Runde mit. Fußballerinnen und Fußballer haben ein erhöhtes Risiko, an Demenz zu erkranken. Kopfbälle und häufige Zusammenstöße auf dem Spielfeld bewirken Veränderungen im Gehirn. Wieso sind Kopfbälle oder auch gezielte Schläge auf den Kopf, wie im Kampfsport, dann nicht verboten? Darüber spreche ich mit Junior-Professor Ingo Helmich. Er forscht zu Gehirnerschütterungen im Sport und möchte ein Analyse-Tool entwickeln, das Gehirnerschütterungen früher diagnostizieren kann als bisherige Verfahren. So möchte er Sportlerinnen und Sportler davor schützen, zu schnell wieder in das Training einzusteigen. Im Podcast spricht Ingo Helmich darüber, was Handbewegungen über die Gesundheit verraten und was er von einem Kopfballverbot hält. Also, los geht's, eine Runde mit Junior-Professor Ingo Helmich. Hallo Ingo, schön, dass du da bist. Hallo Jan. Und bevor wir fachlich einsteigen, habe ich gerade schon hier auf dem Flur mitbekommen, dass du leidenschaftlicher Skater bist. Und mir ist aber auch zu Ohren gekommen, dass du durchaus auch mal ohne Helm skatest. Das musst du mir verraten, wie das zusammenpasst. Auf der einen Seite forschst du zu Gehirnerschütterungen im Sport und auf der anderen Seite fährst du dann aber und machst Stunts ohne Helm. Wie passt das zusammen? Fieser Einstieg zum Tier. Direkt mal das Eis gebrochen. Ich würde es mal so formulieren, das ist ja meine bewusste eigene Entscheidung und ich bin ja wahrscheinlich alt genug, das entscheiden zu können. Vielleicht sollte man es bis zu einem gewissen Alter nicht selber entscheiden können, aber dann, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, dann kann man durchaus selbstständig mit dem Thema umgehen. Und da, wo ich jetzt hier an der Sporthochschule ohne Helm skatend gesehen wurde, da sind die Bedingungen auch so, dass ich glaube, da passiert nicht viel. Aber trotzdem, klar, es kann immer passieren, dass man auch beim Skaten auf den Kopf fällt und sich eine Gehirnerschütterung holt. Also ich will es gar nicht wegreden. Und ich wollte auch gar nicht so richtig fies einsteigen, weil ich habe nämlich in einer Studie auch gelesen, ich glaube von dir auch, wo steht, dass tatsächlich sogar teilweise Radfahrer ohne Helm seltener eine Gehirnerschütterung bekommen als mit. Ist das tatsächlich so? Weil man sagen kann, die, die dann ohne Helm fahren, die sind dann besonders vorsichtig? Oder woran könnte das liegen? Eindeutig erklären kann ich es auch nicht. Es war nur eine Statistik, die wir gefunden haben, dass die, die Helm tragen, tatsächlich öfters eine Gehirnerschütterung hatten. Man vermutet natürlich, dass man dadurch risikofreudiger ist, weil man sich vielleicht sicherer fühlt, weil in anderen Sportarten, wenn man die sieht, ich denke jetzt konkret an Rugby versus American Football zum Beispiel, da habe ich dann durch den Helm natürlich auch eine andere Möglichkeit, den Kopf zum Einsatz zu bringen oder eben nicht. Und ich vermute, im American Football habe ich durch den Helm konkret die Möglichkeit, Kopf voraus irgendwo reinzuspringen. Und das wäre im Rugby vermutlich dann anders, weil ich eben keinen Helm trage. Und vielleicht dasselbe Phänomen sieht man dann im Radsport. Oder kann man sehen, dass man vielleicht die ein, zwei kmh schneller fährt oder risikofreudiger oder vielleicht in einer anderen Position, vielleicht stärker kopfüber fährt, was man ohne Helm vielleicht nicht machen würde. Oder eher mit dem Holland-Fahrrad rumfahren ohne Helm und mit Helm dann doch eher mit dem Rennrad und so weiter. Also ganz genau kann man es nicht sagen, aber ich würde es so einschätzen. Ja, hochinteressant. Also über American Football und Rocky sprechen wir nachher auf jeden Fall noch. Hattest du denn schon mal eine Gehirnerschütterung oder bist du noch toi, toi, toi verschont geblieben? Ich bin verschont geblieben bisher, glaube ich. Ich kann mich an nichts erinnern. Vielleicht ist das hier auch genau der Grund. Du kannst dich nicht erinnern. Vielleicht hattest du also schon eine. Was sind denn, um das vielleicht erstmal grundlegend jetzt auch so langsam einzusteigen, erforschend, was ist denn eigentlich eine Gehirnerschütterung? Wovon spricht man da? Wenn ich jetzt hier gegen den Türrahmen laufe, weil ich stolper, wie kann ich dann wissen, ist das jetzt eine Gehirnerschütterung oder nicht? Ist das irgendwie definiert? Eine Gehirnerschütterung ist definiert durch mehrere Punkte im Prinzip. Also es kann durch einen direkten Schlag am Kopf, wie du gerade beschrieben hast, passieren. Aber es kann auch durch einen Schlag irgendwo am Körper passieren und mit einer übertragenen Kraft sich auf den Kopf auswirken. Also wenn ich jetzt in den Bauch geschlagen werde, heftig, dass es dann vielleicht so hoch geht, dass es aufs Gehirn auswirkt. Genau, weil letztendlich passiert ja nur eine Beschleunigung des Gehirns und dadurch, dass das Gehirn sich in einer Flüssigkeit befindet und dadurch umhergeschleudert wird, kann sich auch der Schlag auf den Körper, auf das Gehirn auswirken und das so beschleunigen, dass es zu einer Gehirnerschütterung kommt. Und letztendlich kann es dann zu unterschiedlichen Symptomen führen, die eine Funktionseinschränkung mit sich bringen können. Also neurologische Funktionseinschränkungen wie gestörtes Sichtfeld oder Sehstörungen oder der Einstieg gerade eben waren ja Erinnerungslücken, könnten vorkommen. Also dass man sich wirklich nicht mehr daran erinnert, wo man sich gerade befindet. Man kann bewusstlos sein, muss aber nicht. Das wurde auch quasi upgedatet in der Definition, dass die Bewusstlosigkeit nicht mehr als markantes Kriterium für eine Gehirnerschütterung verwendet wird. Und viele weitere Symptome, also Klassiker, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindelgefühl, solche Symptome. Diese berühmten Sterne vor den Augen wahrscheinlich auch, ne? Genau, solche Symptome definieren letztendlich die Gehirnerschütterung. Und die können unmittelbar nach dem Vorfall auftreten, können aber auch zeitversetzt. Die können erst nach 30 Minuten, die können erst nach einer Stunde auftreten. Und dieses ganze Sammelsurium an unterschiedlichen Symptomen, unterschiedlichen Zeitverläufen, unterschiedlichen Impacts am Körper, macht es besonders schwierig, eine Gehirnerschütterung zu sehen, zu diagnostizieren und letztendlich zu behandeln. Wenn man so jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen mal, sich das mal recherchiert, Gehirnerschütterung, dann kommt auch häufig Schädel-Hirn-Trauma, liest man dann auch. Ist das eins zu eins? Ist das ein Synonym oder ist das schon was anderes? Also jetzt Gehirnerschütterung im Vergleich zu SHT, also Schädel-Hirn-Trauma. Also das Schädel-Hirn-Trauma, das wird in drei schwere Grade, von leicht bis schwer eingeteilt. Die Gehirnerschütterung ist gleichzusetzen mit dem leichten Schädel-Hirn-Trauma. Also da gibt es eine Skala, die Glasgow-Koma-Skala. Da bei einer bestimmten Punktzahl spricht man von dem leichten Schädel-Hirn-Trauma beziehungsweise der Gehirnerschütterung. Und die anderen Fälle sind dann schon sehr, sehr starke Fälle von Ausfall der Motorik oder Augen können nicht mehr bewegt werden, geöffnet werden und so weiter. Aber beim leichten Schädel-Hirn-Trauma oder bei der Gehirnerschütterung sind eben funktionelle Einschränkungen liegen meist vor. Wenn sich jetzt so eine Gehirnerschütterung auch mal in Anführungsstrichen nur durch Kopfschmerzen äußert, dann merken tatsächlich viele ja wahrscheinlich gar nicht, dass so eine Gehirnerschütterung vorliegt. Und wenn es jetzt zum Beispiel beim Sport passiert, wenn man einen Ball an den Kopf bekommen hat, zum Beispiel so der Klassiker vielleicht, dann macht man einfach weiter, ist schon nichts passiert. Was kann denn das für Konsequenzen haben? Also wenn man einfach weitermacht, obwohl man eigentlich eine Gehirnerschütterung hat? Also man spricht da im schlimmsten Fall von dem Second-Impact-Syndrom. Letztendlich ist das das Phänomen, dass man zu früh trotz vorliegender Symptome noch mal vielleicht eine Gehirnerschütterung erfährt. Weil angenommen, man hat nur Kopfschmerzen. Man weiß ja nicht, ob man noch weitere Einschränkungen hat. Also die Kopfschmerzen, das ist das Präsente, was ich fühle. Aber man kann ja trotzdem noch vielleicht verringerte Reaktionsfähigkeiten haben, eine schlechtere Balancefähigkeit. Oder weitere Einschränkungen, das weiß ich ja in dem Moment nicht. Sprich, das Risiko ist erst mal erhöht, dass mir was Weiteres passiert. Spiele ich weiter mit einer verminderten Reaktion? Kann ich im Eishockey, wenn man jetzt speziell an Sportarten denkt, vielleicht einen Bodycheck nicht rechtzeitig vorhersehen? Augenfunktion ist vielleicht reduziert. Ich kann mich nicht ordentlich vorbereiten. Ich kann meinen Körper nicht gut genug anspannen. Dementsprechend kann es passieren, dass ich dadurch stärker getroffen werde. Also es gibt auch Statistiken, die belegen, das hatte man schon mal in der Gehirnerschütterung. Da hat man ein höheres Risiko für eine weitere. Und in dem Zusammenhang kann es dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit passieren, wenn ich noch Symptome von einer Gehirnerschütterung habe, dass mir was Schlimmeres passiert. Und jetzt habe ich den Begriff schon erwähnt, das Second-Impact-Syndrom, das wäre dann die katastrophalste Situation, dass bei vorliegenden Symptomen das Gehirn befindet sich in einer Art Rehabilitation nach einer Gehirnerschütterung, sich eine weitere Gehirnerschütterung ereignet und aufgrund einer Gehirnschwellung und so weiter sich auch eine Todesfolge ergibt. Also da sind Leute tot liegen geblieben aufgrund einem Second-Impact-Syndrom. Und das wäre die schwerwiegendste Folge von einem zu frühen Wiedereinstieg nach einer Gehirnerschütterung. Und deshalb, auch wenn jetzt nur Kopfschmerzen vorliegen würden, ist die Empfehlung ganz klar, sich testen zu lassen, pausieren und nicht zu früh wieder einzusteigen. Hier in Deutschland ist vor allem dann immer so, dass eine Gehirnerschütterung im Sport ein Thema, wenn in der Fußball-Bundesliga, die ja medial sehr präsent ist, irgendein Star mit einer Platzwunde kurz rausgeht, weil er einen Tritt oder einen Schlag gegen den Kopf bekommen hat oder Kopf an Kopf, der Klassiker. Auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung, das kann man auch als Laie sehen. Und dann lässt er sich feiern, wenn er einen Turban bekommt und weiterspielt. Es gibt eine Studie aus England, die zu dem Ergebnis kommt, dass Fußballprofis im Vergleich zur britischen Gesamtbevölkerung mit einer 3,5-mal höheren Wahrscheinlichkeit an einer degenerativen Hirnkrankheit sterben. Zum Beispiel Demenz oder Alzheimer. Und für Alzheimer soll das Risiko nochmal höher sein, ich glaube 4, irgendwas. Das sind ja schon ziemlich krasse Zahlen. Was bedeutet das? Was macht es mit dir, wenn du diese Zahlen, du kennst sie natürlich, wieso wird dann immer noch weitergespielt? Oh, gute Frage. Erstmal, der Fußball ist natürlich fast schon oder ist wahrscheinlich ein Kulturgut in Deutschland. Da eine Veränderung herbeizuführen, ist nicht ganz so einfach von heute auf morgen. Und Leute haben ewig Fußball gespielt und jetzt einfach den Kopfball zu verbieten, ist eine große Einschränkung. Aber klar, die Zahlen, die sind prägnant und die deuten darauf hin, dass der Fußball hinsichtlich Kopfverletzung oder Gehirnerschüttung oder der Folge einer chronischen neurodegenerativen Erkrankung ein Problem hat. In der Studie steht, das ist das Problem der Studie, da steht natürlich nicht eindeutig drin, dass diese erhöhten Zahlen von einem erhöhten Risiko für Alzheimer und so weiter durch Kopfbälle entstanden sind. Man kann es sich natürlich herleiten, dass es wahrscheinlich daran liegen muss. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Genau, aber es steht halt nicht eindeutig drin. Oder dass die Fälle, die früher gestorben sind, deshalb gestorben sind, weil sie nach einer Platzwunde mit Turban immer weitergespielt haben. Deshalb, die eindeutige Herleitung, die gibt es eben noch nicht. Und deshalb kann man es immer relativieren letztendlich. Aber es scheint nicht unbedingt gesund zu sein, den Kopf, ich formuliere es einfach mal anders, den Kopf als Werkzeug einzusetzen, um mit hoher Geschwindigkeit einen Ball, der auch mit hoher Geschwindigkeit auf eine Zukunft zurückzuschießen mit dem Kopf. Du hast es gerade schon angesprochen kurz, so ein Verbot scheint nicht gewünscht zu sein. Also ein Verbot zum Beispiel mit dem Kopf weiterhin zu spielen oder auch mit einer Kopfverletzung weiterzuspielen. Der englische Fußballverband hat aber was gemacht. Und zwar hat er jetzt sechs- bis elfjährigen verboten, Kopfball zu spielen, wenn man das so sagen kann, im Fußball. Das war 2020, also vor zwei Jahren. In Deutschland gibt es sowas nicht. Und das verwundert natürlich nicht nur jetzt mich oder uns, sondern auch Klaus Weingärtner. Und der ist Vorstandsmitglied der Stiftung Sicherheit im Sport. Und er teilt seine Eindrücke mal mit uns. Kopfbälle beim Fußball, eine Gefahr, insbesondere für Kinder und Jugendliche? Wissenschaftlerinnen sind sich noch nicht ganz einig. Können Kopfbälle zu kurz- oder langfristigen Schäden im Gehirn führen? Auch ohne das Studium wissenschaftlicher Analysen zucke ich vor dem Fernseher zusammen, wenn nach einem Torwartabstoß ein Ball nach 50 Metern mit dem Kopf angenommen wird. Und ich sage leise, aua. Also kann ich die Entwicklung in Großbritannien und den USA verstehen, dass hier mit Verboten von Kopfbällen im Kindes- und Jugendalter gearbeitet wird. Aber, und auch das sagen manche Experten, muss nicht systematisch die Nackenmuskulatur langfristig aufgebaut werden, gerade um die Erschütterungen für das Gehirn zu reduzieren? Also sage ich im Zweifel lieber für die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen. Kopfbälle, auch in Deutschland bis zu einem gewissen Alter verbieten, trotzdem auch den Aufbau der Rücken- und Nackenmuskulatur bei jugendlichen Fußballern vorantreiben und immer daran denken, dass trotz mancher attraktiver Ballkombinationen der Sport immer noch Fußball heißt und der Fuß und die künstlerischen Bewegungen damit im Vordergrund stehen sollten. Ja, also Klaus Weingärtner sagt, man ist sich noch nicht sicher, ob wirklich Kopfbälle zu Schäden führen. Das hast du ja quasi auch schon gesagt. Aber welche Situationen machen den Fußball so gefährlich? Ist es denn tatsächlich der Kopfball oder kann man sagen, dass Zusammenstöße ganz klar gefährlicher sind als Kopfbälle? Er sprach jetzt von 50-Meter-Pass, der mit dem Kopf angenommen wird, was ich natürlich niemals machen würde, weil ich wüsste, aua. Aber was ist denn gefährlicher, die Zusammenstöße oder die Kopfbälle? Kann man das so pauschal sagen? Ich glaube, man kann es nur nicht sagen. Das müsste man mal direkt vergleichen. Also eine Statistik kenne ich, dass die Beschleunigung am Kopf, man hat mal verglichen Eishockey versus American Football versus Kopfbälle und die Beschleunigung am Kopf war bei Fußball am höchsten im Vergleich zu Impacts, also Beschleunigungsimpacts versus Eishockey und American Football. Das fand ich super spannend. Vor allem, weil man im Fußball ja auch keinen Helm auf hat im Vergleich zu Eishockey oder Football. Weil der Impact meist durch den Kopfball halt direkt am Kopf passiert und der Impact beim Eishockey, Bodycheck, da ist schon der Körper im Vordergrund und im American Football eben auch. Aber die gemittelten Beschleunigungen waren im Fußball am höchsten beim Kopf. Also das fand ich schon mal eine prägnante Sicht. Also von daher ist der Kopfball mit Sicherheit gefährlich. Aber wir haben ja hier ein Protokoll laufen, wo regelmäßig Fußballer zu uns kommen und sich checken lassen. Und jetzt aus dem Stehgreif würde ich sagen, die meisten kommen nach Zweikampfduellen Kopf an Kopf. Also da war jetzt vor zwei Tagen auch wieder einer da, der hat zwei Gehirnerschütterungen beschrieben und die waren jeweils Kopfballduelle beim Eckball, sind zusammen zum Ball und Kopf an Kopf haben sie sich getroffen. Also das Problem ist, glaube ich, dass es dadurch einfach besser erkannt wird von außen und von den Spielern auch selber, dass da was passiert ist, was hätte nicht so sein sollen. Und der Kopfball ist einfach, der gehört zum Spiel, der ist akzeptierter letztendlich, der gilt nicht als faul, nicht als Verletzung. Deshalb glaube ich, dass da auch die Wahrnehmung eine Rolle spielt, ob jetzt ein Kopfball gefährlich war oder nicht. Das wird erstmal gar nicht als gefährlich wahrgenommen, weil es halt Teil des Spiels immer noch ist. Und wenn sich solche Verbote durchsetzen, dann, glaube ich, ändert sich auch die Wahrnehmung und könnte sein, dass vermehrt Leute auf einmal auftauchen, die lediglich einen starken Kopfball hatten und sich seit zwei Tagen unwohl fühlen. Wenn du es entscheiden könntest, würdest du es einführen, so ein Verbot, zum Beispiel für 6- bis 11-Rege, wie das jetzt in England passiert ist? Ja, also ich wäre eher für ein Verbot, vor allem bei den Kleinen. Also ich sehe gar nicht den Grund, warum da jetzt Kopfball gespielt werden muss. Es ist ja meist das Argument, um es richtig zu lernen, um es richtig vorzubereiten. Aber meine persönliche Meinung, so komplex ist der Fußball-Kopfball jetzt auch nicht, dass man den über Jahre vorbereiten müsste. Deshalb, ich sehe da gar keinen Grund. Und ich sehe auch Futsal, so andere Versionen vom Fußball, die letztendlich genauso attraktiv sind, wo ja der Ball ein bisschen schwerer ist. Ein bisschen schwerer, der mehr flach bleibt, der wird flach gespielt ohne Kopfball. Genau, da passiert einfach das ganze Spiel sehr flach oder auf Brusthöhe, aber Kopfbälle passieren dann nicht. Und deshalb, ich bin da relativ emotionslos, was den Kopfball angeht und wäre eher fürs Verbot. Jetzt gibt es ja Gehirnerschütterung, wir haben es schon gesagt, natürlich nicht nur im Fußball. Im Gegenteil, es gibt Zahlen, in welchen anderen Sportarten auch vermehrt Gehirnerschütterung auftreten. Stichwort Kampfsport und Football. Da hast du ja auch eine größere, umfangreiche Befragung gemacht. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz beschreiben. Wir haben mal eine Befragung gemacht zu, wo tauchen Gehirnerschütterungen häufiger und weniger häufig auf und haben da Handball, Fahrradsportler haben wir befragt, Fußballer, Volleyballer, Basketballer haben wir auch befragt und die meisten kamen in dem Vergleich letztendlich im Fußball, Handball und im Fahrradfahren vor. Und uns hat damals am meisten aber überrascht, dass auch die Volleyballer recht viele Gehirnerschütterungen hatten. Durchs Aufkommen nach dem Springen oder? Nee, da kam, und das war eigentlich so unser Interesse, warum passieren die, wie passieren die. Und bei den Volleyballern war die Antwort, dass es meist durch Unaufmerksamkeit im Training passiert. Man passt nicht auf, es passieren gerade Schmetterschläge am Netz und man kriegt den vermeintlich relativ leichten Ball direkt am Kopf. Und das haben mir auch mehrere Trainer bestätigt. Jetzt hatte ich kürzlich eine Sitzvolleyballmannschaft gemessen für so Baseline-Tests. Und die haben mir auch erzählt, dass es meist durch Schmettertraining, dass man da mal einen Ball am Kopf kriegt und das dann doch einen hohen Impact hat am Kopf. Obwohl der Ball so leicht ist, was man ja immer, wenn man die Sportarten vergleicht, der Handball, der relativ klein, aber doch sehr hart ist. Der Fußball ist auch relativ schwer und der im Vergleich der Volleyball so leicht, aber trotzdem kommt es da zu Gehirnerschütterungen. Definitiv eine Risikosportart. Für Gehirne ist Football, das kann man glaube ich ohne weiteres sagen. Da gibt es ja auch diesen Film Concussion mit Will Smith, hatten wir im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, der ja da ja als Arzt agiert. Und da ist das Thema American Football. Und da gibt es ja auch wirklich Studien, die zeigen, dass es da ganz krasse Fälle gibt, wo wiederholte Hirnverletzungen zu demenzähnlichen Ablagerungen in den Gehirnzellen geführt haben sollen. Und das Ganze wurde bekannt durch Fälle von, ja, wirklich Untersuchungen an verstorbenen American Football-Spielern. Und da hatte sich bei manchen sogar noch vor dem Tod auch sehr Charakter geändert. Das ging dann so weit, dass sie dann ein bisschen, ja, zu Selbstmord hat das dann geführt bei den Spielern. Die wurden depressiv, dement. Welche Präventionsmaßnahmen gibt es denn bei Risikosportarten wie Football? Ist dir da irgendwas bekannt? Die Präventionsmaßnahmen sind letztendlich vielseitig. Erstmal Aufklärung. Erstmal, dass es überhaupt in der Sportart zur Gehirnerschütterung kommt. Also ich war überrascht, als ich die Studien angefangen habe. Dann habe ich natürlich auch bei mehreren Football-Vereinen Vorträge gehalten und die aufgeklärt, damit die mir auch die Spieler schicken und sich hier testen lassen und so weiter. Und dadurch auch vor Eltern vorgetragen. Und die waren sich gar nicht so bewusst, dass im Football viele Gehirnerschütterungen passieren. Also es war denen bisher noch gar nicht so klar. Das ist ein Aspekt, den man ausbauen kann auf jeden Fall in Deutschland. Und dann natürlich sich testen lassen. Also mit dem Thema proaktiv umgehen. Im Falle, während dem Sport, wenn man sich nicht sicher ist, eher jemand auswechseln. Und um es nochmal zu sagen, zum Beispiel an so Messungen, die wir machen, teilzunehmen. Also ich bin da ganz aktiv mit Fußballmannschaften hier im Umkreis verbunden. Und die senden einfach ihre Spieler vor jeder Saison zu mir, lassen sich testen. Und immer wenn sie nicht sicher sind, ob da jemand einen starken Treffer hatte oder auch einen starken Kopfball oder sich unwohl gefühlt hat, dann werden die nach dem Wochenende zu mir geschickt. Und wir testen die mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und geben den Fußballvereinen dann nochmal Rückmeldungen, was wir mit den Daten für den Eindruck von den Spielern gewonnen haben. Und dann können die nochmal besser einschätzen, okay, dann pausiert der Spieler noch und macht dann erstmal eine Pause. Also das habe ich noch nicht erwähnt. Sowas muss dann natürlich auch passieren. Also dass die Leute einfach nicht weiterspielen, Mund abputzen, so wie es früher war. Mund abputzen, weitermachen. Genau. Also dass man sich bewusst wird, dass man erstmal jemanden auswechselt und dann nicht direkt wieder aufs Spielfeld lässt. Der Toban, der ist halt auch so präsent oder so ein Merkmal für Ich spiele weiter. Ja, also auch die Zuschauer, es gibt auch Studien, dass das ganze Umfeld im Sport sich dem Thema nicht bewusst ist. Auch Druck ausübt, auf Spieler weiterzuspielen, dass man da nicht als Weichei gilt. Die Manege liebt Helden, die dann trotzdem weitermachen, so ein Schweinsteiger, der dann im Finale blutend noch weiterspielt. Genau, das braucht der Sport anscheinend und das möchte natürlich das ganze Umfeld und da gehören dann alle dazu. Und das ist das Problem, immer weiterzumachen und letztendlich, wenn die Gehirnerschütterung passiert, eventuell Symptome weiterzutragen und zu verlängern. Jetzt würde ich von mir behaupten, dass ich mich eigentlich im Fußball relativ gut auskenne. Trotzdem muss ich gestehen, dass ich erst in der Recherche für diese Folge von dieser Drei-Minuten-Regel im Fußball gehört habe. Aber die besagt ja, dass beim Verdacht auf eine Gehirnerschütterung bei einem Fußballspiel bis zu drei Minuten lang unterbrochen werden muss, damit der betroffene Spieler eben in Ruhe gecheckt werden kann. Woran liegt das, dass ich das noch nicht gehört habe? Bin ich doch schlechter informiert oder liegt es vielleicht einfach daran, dass die gar nicht konsequent umgesetzt wird, diese Regel? Eigentlich ist es ja auch leicht für den Schiedsrichter zu sagen, so, jetzt ab hier drei Minuten Pause, das schadet ja nicht. Nee, Schaden tut es nicht. Aber, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, die drei Minuten reichen noch immer nicht. Also es ist immer noch so ein begrenzter Zeitraum in einem wichtigen Spiel. Jetzt ist da volles Haus beim FC und dann ist man am Spielfeldrand und muss da innerhalb drei Minuten eine Entscheidung treffen bei einer möglichen Erkrankung, die so auf den ersten Blick nur schwer einzuschätzen ist. Und dann finde ich, sind drei Minuten doch wieder wenig. Genau, also lieber im Zweifel komplett auswechseln natürlich. Oder eine Möglichkeit zu haben, vielleicht sogar länger den rauszunehmen und in einer Kabine, in einem ruhigen Ort zu checken und dann erst wieder aufs Spielfeld zu lassen. Also im American Football Amerika, da haben sich so Zelte durchgesetzt. Die bauen dann extra so Zelte auf, um ruhigen Ort für eine kurze Untersuchung zu haben, wo man sich auch abschotten kann von außen und so weiter. Und allein, das liegt ja im Fußball dann nicht vor. Der American Football hat natürlich wieder andere Vorteile, wo man Spieler direkt ersetzen kann. Man kann so viel Wechsel vornehmen, wie man möchte. Und das schränkt natürlich wieder die Diagnose im Fußball ein. Die Frage ist natürlich auch, wieso es überhaupt so wichtig ist, dass man sich die genaue Zeit nimmt. Weil wenn jetzt erstmal eine Gehirnerschüttung passiert ist, dann ist sie ja passiert. Dann kann man ja erstmal sowieso nichts mehr machen. Außer, dass man sagt, du machst jetzt erstmal Pause, oder? Ja, ist im Prinzip am besten. Es geht jetzt momentan auch so darum, was sind die konkreten Maßnahmen nach einer Gehirnerschüttung? Also da sind wir auch dran, soll man jetzt erstmal zwei Wochen lang nichts machen und sich auskurieren oder das Gegenteil, soll man schon wieder frühzeitig aktiv werden? Und so aus sporttherapeutischer Sicht, da haben wir natürlich auch ein besonderes Interesse und da haben wir jetzt ein Review gerade gemacht. Scheint es eher so, dass man schon frühzeitig mit einem kontrollierten Aktivitätsprogramm da bessere Rehabilitationseffekte erzielt, als wenn man sich zu lange in Ruhe begibt quasi. Also ein früheres Aktivitätsprogramm ist hilfreicher, als sich jetzt für eine Woche komplett abzuschotten. Hat man ja früher gesagt, zwei Wochen ins dunkle Zimmer, viel trinken. Ist es denn dann überhaupt möglich, wenn man jetzt, sagen wir mal jetzt eine schwere Gehirnerschütterung hat, dass man dann wieder völlig, also 100 Prozent wieder gesund wird oder dass das Gehirn 100 Prozent wieder heilt? Oder ist es so, dass man sagen kann, naja, eine gewisse Folgeschädigung wird erstmal immer bleiben? Das ist die große Frage. Also wir haben jetzt einen Datensatz, da bin ich super gespannt drauf. Wir haben jetzt über 500 Leute hier in den letzten Jahren gemessen und haben da jetzt einen Datensatz zur Balancefähigkeit. Den wollen wir auswerten und da deutet sich schon an, dass man generell ein bisschen schlechtere Balance hat. Aber ob das sich konkret langfristig für alle so auswirkt, muss man sehen. Wir hören jetzt Marie Garling. Die ist Fußballerin und ist dir bekannt. Du kriegst schon große Augen und die hatte einen ziemlich harten Zusammenstoß erlebt, selbst beim Fußballspielen. Ihr seid, glaube ich, beim Betriebssport, macht ihr, glaube ich, zusammen, genau. Und sie hat zwei Fragen an dich. Moin Ingo. Ja, auch ich würde gerne die Chance nutzen, dir zwei Fragen zu stellen. Und zwar einmal, weil es mir erst letzten Winter selbst passiert ist, dass ich nach einem Kopfball zu Boden gegangen bin und dann glücklicherweise von unserer Ärztin im Team einmal kurz durchgecheckt wurde. Und in dem Zusammenhang ist mir nochmal diese Taschenkarte zur Diagnostik von Gehnerschütterung im Sport eingefallen. Und da wollte ich dich fragen, wie du das einschätzt und wie weit die zum Beispiel zum Einsatz kommt im Amateurbereich. Weil jetzt hat es bei mir eine Medizinerin gemacht. Die Trainer wussten zum Beispiel nicht so wirklich was davon. Und meine zweite Frage wäre, inwieweit deine Forschung dieses Tool ergänzt. Ganz liebe Grüße. Ja, vielleicht gehen wir erst mal auf die erste Frage ein. Marie hat von einer Taschenkarte zur Diagnostik gesprochen. Was ist das denn? Das ist ein Tool, das fasst ein relativ großes Sammelsurium an Tests nochmal zusammen. Taschenkarte deshalb, damit sich das Trainer in die Tasche quasi stecken können. Und da kurz. Also das Leitfaden und Spickzettel, das willst du tun? Ah, okay. Um, was sollen sie machen, wenn jetzt jemand nach einem Kopfballduell auf einmal liegen geblieben ist? Also was können wir checken? Nach was können wir gucken? Um es den Trainern zu erleichtern, jemand eventuell auswechseln zu müssen. Also zum Beispiel eine Frage nach, wo bin ich gerade? Welches Jahr ist heute? Ja, genau. Und wenn das nicht beantwortet werden kann, dann wäre das eine sogenannte Red Flag. Und raus mit dem oder der Spielerin. Also das ist schon mal ein super Tool, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, dass Kopftreffer oder Kopfstöße passieren und negative Auswirkungen haben können. Und es bedient ein Problem, gerade weil die Marie das ja bei sich erlebt hat, glücklicherweise eine Medizinerin da hatte, den wir im deutschen Sport haben, dass halt die Trainer letztendlich über allem stehen. Also die Sportstruktur hier ist ja, man ist ja froh, es sind viele Trainer unterwegs, viele machen das ehrenamtlich und machen da gute Arbeit, aber die sind natürlich aus meiner Sicht mit dem Thema leicht überlastet und sollen sich noch um das und das und jenes kümmern. Hinten in Köln auf dem Pollerwiesen, da ist jetzt kein Physio und kein Mediziner vor Ort, sondern da ist halt der Trainer da und noch die anderen Spieler. Und das ist natürlich so ein strukturelles Problem, überhaupt Gehirnerschütterung dann wahrnehmen zu können und oder als Trainer wahrnehmen zu müssen eigentlich. Da bietet die Taschenkarte schon mal ein einfaches Tool, damit die aufmerksam sind, um sowas eventuell wahrzunehmen. Das heißt, du würdest sagen, so eine Taschenkarte sollte zu jeder Trainerausbildung, zu jedem Übungsleiterschein dazugehören, dass man zumindest weiß, das, das und das muss abgecheckt werden, damit man weiß, liegt da eine Gehirnerschütterung vor oder nicht. Genau. Und vor allem im Amateurbereich, ich meine, da geht es jetzt um nichts. Und gerade vor dem Aspekt der Gesundheit kann man da dann eher entscheiden, ja, raus mit der Spielerin in dem Fall. Und die Frage, was wir jetzt exakt oder noch genaueres liefern, wir haben halt an der Sportshochschule ein Protokoll. Und die Idealsituation in so einem Fall wie bei Marie wäre, was wir eben hier Sportlern, Vereinen und so weiter anbieten, die Sport machen, wo eben viele Gehirnerschütterungen passieren können, ist, sich vor der Saison checken zu lassen. Also hier ganz lokale Vereine, die kommen hierher und machen vor der Saison Baseline-Tests mit sehr sensiblen Messmethoden. Also wir checken die Balance mit einer Kraftmessplatte, wo man dann ganz exakte Schwankungswerte erhält. Oder Reaktionstests oder Gedächtnistests computerisiert, wo wir auch die Reaktionsgeschwindigkeiten computerisiert aufnehmen. Und in so einem Fall wie bei Marie hätten wir jetzt gesagt, okay, die kommt nach dem Wochenende Montag zu uns, lässt sich da nochmal checken. Und wir hätten vielleicht vor der Saison einen Grundwert von ihr gehabt und hätten jetzt sagen können, ach schau mal, hier der Wert ist vielleicht jetzt schlechter. Du hast noch verminderte Gedächtniswerte. Also auch wenn du dich schon wieder super fühlst, warte noch lieber eine Woche ab und lass dich dann in der Woche nochmal bei uns testen, in der Hoffnung, dass da dann alles wieder auf Normalniveau ist. Also deshalb, was wir hier liefern können, sind nochmal sensiblere Diagnostiken, die man somit insbesondere jetzt eine Taschenkarte nicht überprüfen kann. Bei Marie war der Fall jetzt im Prinzip klar. Sie wusste selber, sie hat eine Gehirnerschütterung. Du möchtest ja mit deiner Diagnostik vor allem ja auch Fälle entdecken, die vielleicht nicht so typisch sind oder so klar auf der Hand liegen. Dass man sich jetzt zum Beispiel noch nicht mal mehr den eigenen Namen oder sowas kennt. Und da geht es dann ja um Fälle, die sonst gar nicht aufgedeckt worden wären, die dann auf den Platz geschickt werden. Sondern du untersuchst Handbewegungen. Warum schaust du dir gerade Handbewegungen an? Das liegt jetzt für mich erstmal nicht so auf der Hand. Das Wort ist. Du hast vorhin schon erwähnt, der Film Concussion, der hat auch dieses emotionale Problem oder diese Persönlichkeitsveränderungen erwähnt, die einhergehen können mit Selbstmordgedanken und so weiter. Und aus psychosomatischen Studien und neuropsychologischen Studien wissen wir, dass das Handbewegungsverhalten sich ändern kann. Wenn ich bestimmte Symptome, wie zum Beispiel depressive Symptome habe, kann es sein, dass ich mich anders verhalte im Handbewegungsverhalten. Und diese Kenntnis haben wir genutzt und versuchen, das bei Gehirnerschütterungen einzusetzen. Und gucken uns gerade an, ob sich das Handbewegungsverhalten spezifisch verändert nach Gehirnerschütterungen. Und ob das ein prädiktiver Faktor wäre, wo ich sagen kann, ah, guck mal, die Person verhält sich schon die ganze Zeit anders. Und das scheint auf was hinzudeuten, weil wir sind darauf insbesondere gekommen, der Film stellt es so ein bisschen Hollywood-mäßig dar. Ja, aber in vielen Studien zu dieser neurodegenerativen Erkrankung CTE wurde immer in den Arztberichten, oder was heißt immer, in vielen, wurde die klinische Beobachtung gestellt, ist verhaltensauffällig, ist auffällig, ist unruhig, ist agitiert, ein bisschen aggressiv. Und das wurde in dem Film auch so dargestellt. Und dieses aggressive, agitierte, unruhige Verhalten, das kann man letztendlich in so einem Setting, wie wir hier haben, so einem Interview-Setting, aufnehmen. Also ich kann mir mit Videoaufnahmen dann einen Eindruck vermitteln, wie viel bewegt sich die Person, ist die unruhig, zappelt die die ganze Zeit mit den Fingern oder mit den Händen oder mit dem Oberkörper. Und wir versuchen, das dann systematisch zu erfassen. Also wir nehmen tatsächlich per Video Interviews auf und analysieren, wie oft die Hände, die Schultern und so weiter bewegt wurden. Unbewusst also, ne? Genau, unbewusst. Also wir reden jetzt nicht vom Peace-Zeichen, sondern vom Knibbeln, vom Fingerknibbeln. Von leisen Zittern vielleicht oder so. Von jeder Handbewegung, die eben passiert, von allem. Und können dann zum Beispiel eine Frequenzanalyse machen. Wie oft hat sich die Person bewegt und wie lange und mit welcher Art von Handbewegung hat, die sich besonders beschäftigt. Also man kann dann unterscheiden, sie kratzt sich häufig oder fasst sich selber oft an und so weiter oder macht Gesten. Ja, und das kann man auch zu unterschiedlichen Themen machen. Also man muss das, man kann das natürlich auch thematisch eingrenzen. Man kann besondere Fragen stellen. Man kann die vielleicht auch kognitiv aktivieren. Zum Beispiel hättest du mich fragen können, wie bin ich hierher gekommen vom anderen Institutsgebäude? Ohne Helm. Ohne Helm. Und ich habe einen bestimmten Weg genommen und habe dir mittels jetzt einer Geste auch den Weg beschrieben. Das wäre ja auch so eine kognitive Aktivierung, wo ich dann ein mentales Bild von dieser Wegbeschreibung gestisch demonstriere. Und da könnte man dann auch die Gesten analysieren hinsichtlich kognitiver Aktivierung. Haben die noch so dieses mentale Bild, drücken die es noch nonverbal aus oder sind die da auch reduziert? Und dann kann man nicht nur auf Finger knibbeln, emotionale Symptome, sondern auch kognitive Faktoren eventuell analysieren. Die Ergebnisse bei so Studien sind ja nur dann aussagekräftig, wenn man auch vergleichen kann. Das heißt also, ihr habt euch zum einen angeschaut per Video, welche Handbewegungen haben Sportler gemacht, die keine Gehirnerschütterung hatten und welche, die welche hatten. Was sind denn da jetzt die Unterschiede? Also welche Handbewegungen macht denn jemand mit einer Gehirnerschütterung, die er vielleicht sonst nicht gemacht hätte? Kann man das so schon sagen als Ergebnis? Ja, also der Gruppenvergleich hat auf jeden Fall ergeben, dass die mit Gehirnerschütterung und Symptomen mehr zappelig sind, könnte man es ungangssprachlich sagen. Mehr mit den Finger knibbeln, vor allem länger. Also es hat sich gezeigt, dass die länger damit beschäftigt sind, sich irgendwie zu bewegen. Das kann man schon mal sagen. Und auf gestischer Ebene hat sich auch gezeigt, aber das ist jetzt vielleicht nicht ein Gehirnerschütterungsbezogener Aspekt, sondern eher so von mentaler Visualisierung Aspekt, dass die auch mehr Gesten gemacht haben. Und jetzt wollen wir eben in weiteren Studien das mal analysieren, innerhalb der Gehirnerschütterten, ob sich das auch ändert von vor zu nach Gehirnerschütterung. Also nicht mehr nur Gehirnerschütterungsprobanden zu nicht Gehirnerschütterten vergleichen, sondern auch innerhalb der Gehirnerschütterten. Von vor der Saison zu nach einer Gehirnerschütterung. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir gerade verfolgen. Was ich mich gerade frage, das klingt alles super aufwendig. Bringt uns das im Zweifel jetzt auch was, was man während des Spiels machen kann, so eine Videoanalyse? Das hat wahrscheinlich keinen Zweck, oder? Dass man jetzt innerhalb von drei Minuten gucken kann, welche Handbewegungen macht er? Ist er jetzt zittrig? Das ist wahrscheinlich damit gar nicht getan, oder? Nee, also erstmal erfüllt unsere Art der Diagnostik sensiblere Symptome, die eventuell bleiben könnten. Also es ist jetzt so, das Protokoll erstmal nicht für einen Spielfeldrand geeignet, weil wir brauchen mindestens eine Stunde mit den Probanden. Wir untersuchen also nicht nur die Handbewegungen, wir machen noch andere Sachen, aber es dauert mindestens eine Stunde. Und man muss bedenken, die Leute, die zu uns kommen, das sind eher die leichteren Fälle. Also die sind ja immer, angenommen Samstag, Sonntag beim Spiel passiert irgendwas, dann kommen die frühestens Montag, Dienstag zu uns. Und die kommen ja selber, die kommen ja nicht in komatösem Zustand zu uns oder sind bewusstlos, sondern die sind schon zwei, drei Tage nach der Gehirnerschütterung, die sind eigentlich gesund. Also die würden, wenn die nicht bei uns in diesem Protokoll mitmachen würden, wären die wahrscheinlich schon wieder auf dem Trainingsplatz oder im Footballspiel oder wo auch unterwegs. Und wir gucken dann recht gesunde Fälle in dem Sinne nochmal mit einer sensibleren Brille an und gucken, ob da was noch zu entdecken ist. Und das ist das Feedback, was erstmal von uns kommt. Also für den Spielfeldrand müsste man dann die ganzen Tests nochmal anders anpassen, aber zum Teil nutzen, weiß ich von Trainern, die nutzen auch, oder Betreuer von Footballmannschaften, die nutzen Teile von unserem Protokoll. Also wir haben zum Beispiel Balance-Tests, die wir machen, die sind auch so in einem ausführlicheren Protokoll, dem sogenannten SCAD, wo man kurz Balance am Spielfeldrand testen könnte. An der Sporthochschule hier wurde ja auch das sogenannte Neuro-Gest-System entwickelt, quasi ein Analysesystem für nonverbales Verhalten, das sich dann auch wieder auf die Handbewegung und das gestische Verhalten konzentriert. Kannst du uns beschreiben, wie das genau funktioniert, dieses System? Das ist letztendlich, wie ich vorhin schon sagte, ein Tool, um Frequenz oder Dauer von Handbewegungen während bestimmten Situationen zu analysieren. Man muss sich so vorstellen, wir sitzen hier in einem Interview und eine Kamera filmt uns. Und mit dem Tool habe ich jetzt die Möglichkeit, dieses aufgenommene Video zu kategorisieren. Also von Sekunde 5 bis 10 hast du vielleicht deine linke Hand bewegt. Und dann analysieren wir, okay, im ersten Schritt von 5 bis 10 gab es eine Handbewegung mit der linken Hand. Und dann kann man anhand Neuro-Gest, das weitere Kategorien vorgibt, anhand vielen wissenschaftlichen Studien, weitere Schritte dieser Handbewegung analysieren. Man kann zum Beispiel gucken, was hat die Handbewegung für eine Struktur? Ist es eine Geste im Raum, also führt die weg vom Körper? Oder finden diese 5 Sekunden ganz nah am Körper statt und man kratzt sich zum Beispiel? Man kann dann analysieren, ist es zum Beispiel eine Geste, so wie das Okay-Zeichen oder Daumen nach oben? Oder ist es ein Schulterzucken oder so ein Palm-Out wäre ein Fachbegriff? Also man zeigt die eigene Handfläche. Eine ganz typische Geste von, ich bin unschuldig, keine Ahnung, ich habe nichts zu verbergen. Und nach solchen Kategorien kann man das Neuro-Gest verwenden. Und letztendlich in vielen aufwendigen Schritten das komplette Handbewegungsverhalten dann analysieren. Und bekommt dann Daten zu, wie oft hat sich die linke Hand bewegt, die rechte Hand. In einem bestimmten Setting waren es bestimmte Gesten oder waren es nur Knibbelbewegungen und so weiter. Du hast vorhin schon gesagt, man kann ja dadurch quasi erst im Nachhinein analysieren zum Beispiel, lag eine Gehirnerschütterung vor. Du hast aber auch schon gesagt, das ist sehr aufwendig, es dauert teilweise eine Stunde so ein Verfahren. Das heißt also für den akuten Fall auf dem Platz ist es erstmal nicht zu gebrauchen. Hättest du denn vielleicht eine andere Idee aus Sicht deiner Forschung? Gibt es da irgendwas, was man auch akut einsetzen könnte, zum Beispiel anhand von Handbewegungen? Oder ist das gerade nicht möglich? Also möglich ist letztendlich alles. Man müsste es nur mal machen. Also man kann es natürlich, wenn man eine Situation aufbaut, wie zum Beispiel im American Football, wo man ein Zelt hat, wo man dann mehr Zeit hat, jemanden sich anzugucken, dann könnte man da durchaus Kameras aufstellen. Und kurz mal ein Interview führen und mit den Handbewegungen auch Analysen vornehmen. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Im Fußball, also die Umgebung spielt da halt noch eine große Rolle. Was ist in drei Minuten am Spielfeldrand bei so einem Event möglich? Das schränkt natürlich sehr ein. Aber wenn da die Umgebung anders organisiert wird, kann man da durchaus viele Sachen machen. Also da gibt es auch viele Ansätze mit, wir könnten Handbewegungen, Balance oder Neurobildgebung, wir haben auch ein neurobildgebendes Verfahren, das letztendlich mobil ist, könnte man auch verwenden und Analysen machen. Vorstellbar ist ganz viel. Es ist nur schwer, also am Spielfeldrand, ich bringe es jetzt immer auf diese drei Minuten im Fußball zurück, in drei Minuten ist viel zu kurz. An dieser Stelle passt vielleicht jetzt nochmal ein O-Ton. Und zwar hat uns eine Frage von Professorin Heda Lausberg erreicht. Die ist Medizinerin mit dem Schwerpunkt Hirnforschung und nonverbales Verhalten. Ihr forscht ja, glaube ich, schon seit zehn Jahren gemeinsam. Du hast auch bei ihr promoviert. Und jetzt hören wir sie mal. Ja, lieber Herr Helmich, jetzt eine Frage von mir. Es ist ja so, dass in der klassischen Diagnostik des Schädel-Hirn-Traumas, in der medizinischen Diagnostik, Grenzen bestehen, zum Beispiel in der neuronalen Bildgebung, weil die Methoden nicht sensitiv genug sind, um leichte Schädel-Hirn-Traum nachzuweisen. Sie haben ja jetzt zwei innovative Methoden entwickelt. Das eine, dass Sie funktionelle Nah-Infrarot-Spektroskopie mit Balance-Test in der Diagnostik des leichten Schädel-Hirn-Traumas einwenden. Und vor allen Dingen, was bisher auch niemand durchgeführt hat, dass er eine Analyse des nonverbalen Verhaltens in der Diagnostik des leichten Schädel-Hirn-Traumas einsetzt. Was denken Sie, sind die Vorteile Ihrer innovativen Methoden oder Methodenkombination gegenüber der Standarddiagnostik? Vielleicht sprechen wir noch mal genauer über nonverbales Verhalten. Und in dem Zusammenhang kannst du dann ja vielleicht auch auf Frau Lausbergs Frage eingehen. In einem weiteren Experiment hast du ja Gesten genauer untersucht, und zwar den Ursprung von Gesten. Und du sagst, Gesten können etwas über die Gesundheit einer Person verraten. Was denn genau und wie helfen deine innovativen Methoden dabei? Also wenn ich es jetzt noch auf die Schädel-Hirn-Trauma zurückbringe, Letztendlich geht es ja darum, bei dem Schädel-Hirn-Trauma, es gibt eine funktionelle Einschränkung. Also man hat bei der Definition beim Schädel-Hirn-Trauma nicht eine strukturelle Verletzung. Die liegt nicht vor. Deshalb ist die medizinische Diagnostik, tut sich so schwer, was Konkretes zu finden, weil hier nach wie vor das CT, die Bildgebung, eine große Rolle spielt. Und um noch mal die Frage genauer von Frau Lausberg zu beantworten, man hat eben eine funktionelle Einschränkung. Ich habe ja schon beschrieben, wie Schwindel, Erinnerungseinschränkungen, Sichtfeldeinschränkungen usw. Und mit den Methoden, die wir einsetzen, haben wir eben die Möglichkeit, diese funktionellen Einschränkungen abzubilden. Neuronal, also mit der Neurobildgebung, die wir einsetzen, die Nahen-Frau-Spektroskopie, weil die im Vergleich zum MRT zum Beispiel, wo man in einer Röhre liegt und sich nicht bewegen kann, zulässt, dass man sich währenddessen bewegt. Also ich kann während mit dieser Neurobildgebenden Methode Balanceübungen durchführen und ich kann mir das Gehirn, das vielleicht nicht balancefähig ist, anschauen, wie es funktioniert während der Balance. Das ist das Besondere, was wir zusätzlich machen, um dahingehend gehirnerschüttete Gehirne besser analysieren zu können. Und dasselbe ist, was auf Handbewegungsebene passiert. Also es gibt einen behavioralen Marker einerseits hinsichtlich der ganzen CTE-Problematik, aber es stellt auch einen Marker für funktionale Einschränkungen dar. Also die bewegen sich zu bestimmten Themen vielleicht anders. Also die funktionieren nicht mehr so richtig. Und deshalb ist der Vorteil unserer Diagnose dieser funktionelle Aspekt, dass wir alles in einem relativ natürlichen Setting, also Balancefähigkeit, Interview, Handbewegungen, natürliche Handbewegungen, implizite Handbewegungen aufnehmen und uns die Sachen angucken und nicht die Standarddiagnostik, die in der Regel nichts zeigt. Das ist der Vorteil. Frau Lausberg hatte und du ja jetzt gerade auch nochmal von dem bildgebenden Verfahren gesprochen. Vielleicht können Sie das nochmal einmal mit einfachen Worten erklären, was das bedeutet? Also das Nah-Infrarotspektroskopie ist ein Verfahren, wo ich mir das Gehirn angucken kann, Gehirnaktivität aufzeichnen kann. Das Besondere an dem Verfahren, es ist nicht ein großes Gerät wie das MRT, wo ich in der Röhre liege, sondern es ist letztendlich nur eine Kappe mit Optoden auf dem Kopf. Und wir haben inzwischen auch ein mobiles Gerät, wo ich dann noch einen kleinen Kasten auf dem Rücken per Rucksack trage und mich dann frei bewegen kann, während ich Gehirnaktivität messe. Das Besondere an der Methode ist, es funktioniert mit Licht, ähnlich wie moderne Smartwatches, mit denen ich ja auch die Herzfrequenz mit diesen grünen Lichtern, die man unten an der Uhr sehen kann, aufnehme. Und mit demselben Prinzip, mittels Lichteinstrahlung, kann ich Gehirnaktivität mit der Messung durchführen. Und habe eben, wie gesagt, die Möglichkeit, da relativ natürliche Bewegungen aufzuzeichnen. Und das ist das Besondere an der Methode und an unserer Art der Diagnose. Bei einem anderen Experiment wurden den Versuchspersonen ja am Monitor so dreidimensionale, so eine Art Würfel gezeigt. Und dann sollten sie mit den Händen die Objekte verdrehen oder verschieben. Ich erkläre das jetzt mit meinen Worten. Am Ende sollten die auf jeden Fall alle dann die identische Position haben. Was war denn daran für dich dann so interessant? Also das war ein Experiment. Es ging dann ganz spezifisch darum, was können uns die Hände an Informationen zu neuronaler Aktivierung liefern. Da mussten die Probanden, mussten letztendlich so 3D-Objekte, die unterschiedlich rotiert waren, in dieselbe Position rotieren. Mit der rechten, es wurden immer zwei Objekte gezeigt und die rechte und linke Hand haben die beiden Objekte rotiert. Und man weiß, dass mentale Rotationsaufgaben hauptsächlich mit der rechten Hemisphäre generiert werden, dass die rechte Hemisphäre für diese Prozesse spezialisiert ist. Und wir wissen, dass unsere beiden Hände, die rechte Hand von der linken Hemisphäre kontrolliert werden und die linke Hand von der rechten Hemisphäre. Und jetzt kann man gucken, wenn ich so mentale Rotationsaufgaben gestellt bekomme und die beiden Hände benutze, um diese Rotationsaufgaben zu lösen, wie setze ich die beiden Hände dann dazu ein? Und wir konnten eben dann mehr Informationen durch solche Analysen bekommen. Sprich, die rechte Hand, die ist die prädestinierte für sogenannte Pantomime-Bewegungen. Also die linke Hemisphäre liefert besonders das Konzept für Gesten der Pantomime. Also wenn ich was pantomimisch darstelle, ich putze mir die Zähne zum Beispiel pantomimisch oder ich hämmer. Aber wenn ich Positionen im Raum darstelle, gestisch mit der Hand, benutze ich signifikant häufiger die linke Hand, was zu dieser mentalen Rotation oder die räumlichen Fähigkeiten der rechten Hemisphäre insbesondere spricht. Und deshalb war das eine schöne Studie, um zu sehen, dass ich die Hände als Korrelat für neuronale Prozesse nutzen kann. Also die rechte und die linke Hand, sprich dadurch Rückschlüsse auf die rechte und linke Hemisphäre bekommen kann. Ist das deswegen auch so, dass man mir mal irgendwann gesagt hat, ich soll auch mal mit meiner linken schwachen Hand die Zähne putzen? Das würde die andere Gehirnhälfte stärken? Hat das da auch irgendwas mit zu tun? Ja, genau. Also solche Aussagen kommen von solchen Studien. Ja, genau. Ich kriege es nämlich überhaupt nicht hin. Also da wird alles weggeschlabbert. Also der Sport, der hat auch, es gibt im Sport so erste Studien, also es ist noch ein Thema, das relativ weit weg von der Sportwissenschaft ist. Aber es gibt erste Studien, die zeigen, dass man bestimmte Techniken oder Wurftechniken verbessert, je nachdem, mit welcher Hand man zuerst übt. Übt man zuerst mit der linken oder übt man zuerst mit der rechten? Wirkt sich das positiv oder negativ auf? Oder beides wirkt sich im Prinzip positiv auf? Aber es hat sich gezeigt, dass wenn Rechtshänder zuerst mit der linken Hand üben, um später rechtshändige Basketball-Zielwürfe durchzuführen, dann haben sie bessere Effekte, als wenn sie zuerst mit der rechten und dann mit der linken trainieren. Das war eine Studie, die so in dieselbe Richtung geht. Und ja, letztendlich geht es grob gesagt um Hemisphären, Spezialisierung und Informationen über die beiden Hemisphären und die Hände im Zusammenspiel. Es gibt ja neurologische Erkrankungen, bei denen dann manche Bewegungen gar nicht mehr ausgeführt werden können, zum Beispiel bei der Apraxie, also diese sogenannte Werkzeugstörung, wo man dann zum Beispiel Betroffene den Schlüssel nicht mehr nutzen können, um irgendwie die Tür aufzukriegen. Könnten diese Erkenntnisse dann diesen Menschen, diesen Betroffenen vielleicht helfen? Genau, da kommt das Ganze her. Also das ist das prägnanteste Phänomen, die Apraxie, dass ich bestimmte Handbewegungen, insbesondere die Pantomime von Werkzeuggebrauch, ist da das Hauptdiagnostische Bewegungstool sozusagen, dass ich die nicht mehr ausführen kann. Und das liegt signifikant häufiger auf Einschränkungen, die in der linken Hemisphäre zu verorten sind. Und solche Studien, die jetzt sich um die Funktionen der beiden Hemisphären kümmern, können insbesondere Kenntnisse dazu liefern, wie funktioniert Bewegung, wie entsteht Bewegung im Gehirn und wie können solche Patienten eventuell trainiert oder geschult werden, um die Rehabilitation nach solchen Erkrankungen, nach Schlaganfall zum Beispiel, zu verbessern. Aber wie gesagt, im Sport ist es auch hilfreich, also grundsätzlich zu wissen, wie entsteht Bewegung. In dem Fall ist es natürlich immer, wie entsteht bedeutsam, kognitiv, also wertvolle, in Anführungszeichen, Bewegung. Wertvolle meine ich jetzt Bewegung, die eine Bedeutung hat, also wie den Schlüssel ins Schloss stecken und das Schloss umzudrehen. Wie werden solche Bewegungen generiert? Auf welchen neuronalen Prozessen beruhen diese Bewegungen? Und das ist die Forschung, die ich mache und die ist insbesondere hilfreich für Reha und auch Sportwissenschaft in dem Sinn. Wir sind ja hier in der Deutschen Sporthochschule Köln. Jetzt hat dieses Experiment mit dem Würfel ja eigentlich tatsächlich erst mal gar nichts mit dem Sport zu tun. Ist das eigentlich für dich hier als Juniorprofessor wichtig, dass es im Endeffekt dann doch wieder auch im Sport eingebracht wird? Letztendlich ist es nicht weit hergeholt. Klar, es klingt erst mal ein bisschen weit weg von Sportwissenschaft, ob Würfel mit den Händen irgendwie rotiert werden. Aber wenn man jetzt mal an Sport denkt, dann liegt es auf der Hand, dass es doch sehr nah dran ist. Es gibt viele Sportarten, wo wir uns selber rotieren müssen, also Gymnastik, wo ich mental meinen Körper schon mal vorher vorbereite, wie ich den gleich rotieren muss oder Turmspringen. Und dann gibt es auch tatsächlich, aber das wissen vielleicht die Sportwissenschaftler noch nicht, aber sie machen es implizit. Das ist so interessant an meiner Forschung, aus meiner Perspektive. In den 90ern, bevor so Snowboard, Halfpipe oder so kam, da war noch viel dieses Kunstskispringen in Medien. Da gab es immer diese Skiflieger, die dann drei Salty gemacht haben. Und wenn man sich da noch zurückerinnert, die standen teilweise eine Minute schon oben und haben gestisch ihren ganzen Sprung immer durchgeführt. Die haben ganz viele Handbewegungen gemacht. Vorher. So wie der Bob-Fahrer auch, der dann auch zum Beispiel die ganze Rute schon schwand. Genau, die haben gestisch schon eine Minute lang diesen Sprung durchgeführt und haben sich dann mental rotiert, mit dem Kopf, mit den Händen und so weiter. Und im Anschluss haben sie den Sprung durchgeführt. Und quasi, was ich jetzt liefere, ist sehr grundlagenorientiert natürlich, aber allein dadurch ist schon ein sehr starker Bezug zur Sportwissenschaft da. Zum Bob-Fahren fällt mir auch ein super Beispiel ein. Vielleicht erinnert man sich an Cool Runnings. Cool Runnings, genau. Die sitzen in der Badewanne und gehen alles, ja. Genau. Und da machen die, der Sportpsychologe wird von Mentaltraining sprechen. Und ich spreche natürlich von Mentaltraining mit Gesten, weil ich habe da immer ein Foto im Kopf, wie die in der Badewanne sitzen. Und die halten sich natürlich alle fest aneinander, Gesten. Und der ganz vorne, der hat auch eine Pantomime in diesem Foto da erst dargestellt, wie er den Bob lenkt, nach rechts, nach links und so weiter. Also die sitzen ja nicht still da in ihrem Zimmer auf dem Stuhl und machen ein mentales Training, sondern die geben sich in eine relativ realistische Umgebung, die Badewanne. Und küssen dann das Ei noch, ne? Ja, genau. Und der vorne, der lenkt auch den Bob gestisch. Also da ist durchaus Bezug zwischen diesen Gestenanalysen und der Sportwissenschaft. Angefangen hast du ja mit Untersuchungen von Sportlern ohne Behinderung. Und jetzt arbeitest du aber gerade auch in einem sehr umfangreichen Projekt mit Sportlern mit Behinderung. Und dazu hat uns eine Einschätzung und eine Frage auch von Professor Thomas Abel erreicht. Guten Tag. In die heutige Podcast-Folge eine Runde mit Ingo Helmich. Mein Name ist Thomas Abel. Ich habe eine Paralympische Professur an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Es freut mich sehr, dass der heutige Gast neben dem Olympischen Sport auch den Paralympischen Sport in seine wissenschaftliche Forschung mit einbezieht. Und es gibt recht gute Literaturbefunde, dass in Sportarten wie dem Paralpinensport oder dem Pararadsport, aber auch im Rollstuhl-Rugby Geschwindigkeiten und die Wahrscheinlichkeiten von Zusammenstößen leider erwarten lassen, dass es durchaus ein hohes Risiko für Gehirnverletzungen, also Gehirnerschütterungen oder auch Gehirnquetschungen gibt. Meine Frage wäre jetzt, ob es in diesen ersten Untersuchungen schon Erkenntnisse gibt, dass Dinge aus dem Olympischen Bereich, die erhoben wurden, zur Diagnostik von derartigen Schädel-Hier-Verletzungen auf den Paralympischen Bereich übertragen werden können. Vielen Dank. Genau. Diese Studie, können wir vielleicht auch kurz sagen, die wird vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft gefördert. Das ist ja eine Analyse des nonverbalen Bewegungsverhaltens im Behindertensport und der Projektstart war, glaube ich, so vor ungefähr einem Jahr. Gibt es denn schon Ergebnisse, die spruchreif sind oder ist man da noch mittendrin? Wir sind noch mittendrin. Wir erheben gerade ganz viel Daten. Also analysiert haben wir spruchreif noch nichts. Was wir da machen ist, der paralympische Sport ist von unterschiedlichen Einschränkungen charakterisiert. Und das nonverbale Verhalten birgt die Möglichkeit, da einen diagnostischen Faktor mit einzubringen, eben die Handbewegung, weil die von relativ vielen paralympischen Athleten mit Einschränkungen eben ausgeführt werden. Also sitze ich im Rollstuhl, kann ich zwar keine Balance-Tests mit denen machen, aber ich kann die Handbewegung analysieren. Und das ist einerseits die Krux von Athleten im Rollstuhl, dass die nicht balancieren können und man das nicht als diagnostisches Tool verwenden kann. Aber wir können eben die Handbewegung analysieren. Und das können wir zum Beispiel auch in Blinden. Gestern hatten wir wieder einen blinden Ex-Judo-Kämpfer, der auch schon eine Gehirnerschütterung hatte. Und da ist natürlich auch super spannend, die gestikulieren natürlich auch. Und deshalb haben wir mit den Handbewegungen hier ein Werkzeug, das wir einsetzen können mit dem ganzen Hintergrund, den wir gerade schon besprochen haben, das ein neuromotorisches Werkzeug an sich darstellt, um Analysen über ein relativ, das ist die Krux im Paralympischen Sport, ein sehr heterogenes Teilnehmerfeld zu untersuchen. Weil es sind natürlich, paralympische Athleten sind von einer Vielzahl an Einschränkungen betroffen. Und das ist natürlich, wenn man wissenschaftliche Studien macht, immer dann schwierig einzugrenzen, um verlässliche Parameter zu finden. Aber das nonverbale Verhalten zeigt sich hier als ein Parameter, der eben über viele Arten von körperlichen Einschränkungen funktioniert. Wir haben ja jetzt schon viel über Filme gesprochen, Concussion, Cool Runnings, gerade beim Thema Gehirnerschütterung beim American Football. Du hast jetzt schon so viel geforscht über Gehirnerschütterung, natürlich auch andere Kolleginnen und Kollegen von dir. Trotzdem hat man ja so das Gefühl, so richtig angekommen. In der Praxis ist dieses Thema ja offenbar nicht. Es gibt eine Studie aus den USA, demnach haben 43 Prozent der untersuchten Spieler mit Gehirnerschütterung noch am selben Tag wieder gespielt. Was muss denn aus deiner Sicht passieren, damit sich sowas ändert? Da sind wieder so viele Faktoren im Spiel. Also Sportkultur, wie wir vorhin schon hatten, weitermachen ist halt ein Faktor, der ist im Sport einfach präsent. Es geht um Gewinnen und nicht um Verletztsein. Also es muss sich erst mal ein Verständnis für die Erkrankung etablieren, dass wenn man Kopftreffer leidet, dass es eine Erkrankung sein kann, die man davon trägt, dass Spieler eventuell länger ausfallen, wenn sie weiterspielen. Und wenn man konservativ, sprich man wechselt jemanden aus und lässt jemanden erst mal eine Woche pausieren, zumindest, dass man mit so einer Einstellung Entscheidungen trifft, langfristig besser fährt und Spieler fitter hält letztendlich. Das muss sich durchsetzen. Und das zum Beispiel, was macht man mit Kopfbällen? Also was machen wir jetzt mit den Kopfbällen? Da muss sich natürlich auch eine Einstellung verändern, wie man das Spiel kreiert letztendlich. Ich glaube, es verändert sich eh zu weniger Kopfbällen und irgendwann ist der Schritt zu einem Kopfballverbot in der Jugend nur noch ein kleiner. Das sind halt viele kleine Schritte, die man gerade geht. Aber das wird über kurz oder lang wird es kommen. Und was ich auch noch einmal sagen will, es muss sich, in Deutschland hat man halt nach wie vor das Problem, ich will nicht immer die Trainer ankreiden, aber es liegt halt viel auf den Schultern der Trainer. Und die Trainer machen, wie gesagt, eine Riesenarbeit, aber die müssen sich jetzt auch noch mit dem Thema beschäftigen und haben einfach nicht die Aufmerksamkeit für das Thema. Und was mich in meiner Arbeit persönlich immer irritiert oder was sehr belastend ist, dass ich viele Vereine kontaktiere und quasi meine Arbeit anbiete, das ist natürlich immer ein Geben und Nehmen, ich bekomme Probanden, die bekommen eine sensitivere Diagnostik, aber der Standardsatz ist, ja bei uns in dem Sport passieren keine Gehirnerschütterungen. Den Satz, den höre ich so oft, den will ich schon ziemlich leid und den habe ich kürzlich wieder gehört im Judo zum Beispiel, mehrere Male und gestern war ein Judo-Kämpfer bei mir natürlich, der Probleme nach Gehirnerschütterungen hat. Und da muss sich der Sport einfach öffnen und proaktiv mit dem Thema umgehen und dann gibt es auch weniger Leute, die langfristige Probleme haben. Das ist meine Meinung. Aber es führt halt fast alles über den Kanal Trainer in Deutschland. In dieser Sportstruktur ist es halt so. In Amerika, da muss man immer die Sportstruktur ein bisschen anders sehen. Da passiert ja viel am College oder an der Universität und da ist die Sportmedizin natürlich ganz anders strukturiert. Bei uns, beim Verein, im Amateurverein irgendwo, da ist nur ein Trainer da, mehr ist da nicht. Und deshalb ist da das Personal schon ganz anders aufgestellt. Da würde ich gerne auch mal weiter nachfragen. Also ist es tatsächlich auch schon bei dir passiert, dass du, du hast gesagt, du arbeitest viel mit Vereinen zusammen, du kriegst die Probanden, dafür kriegen die dann die Ergebnisse. Wenn dann die Ergebnisse aber nicht so sind, wie die Vereine das wollen, kommt es dann vor, dass die sagen, bitte diese Studienergebnisse nicht veröffentlichen, weil sie vielleicht Angst haben, dass dann das Image der Sport hat vielleicht auch leidet? Ich glaube, da haben viele grundsätzlich Angst. Gerade die Footballer, die waren in den letzten Jahren dann immer im Vordergrund, ah ja, unser Sport, der Gehirnerschütterungsport. Durch den Film vielleicht auch. Genau, durch den Film. Aber letztendlich, ich gebe denen ja nur eine Einschätzung mit Daten. Also mit den Fußballvereinen hier in der Umgebung funktioniert das super. Weil entscheidend tun ja letztendlich immer noch die Spieler selber, die Trainer. Ich gebe denen ja nur letztendlich eine Einschätzung anhand von Daten. Verschlechterte Gedächtnisfunktion und entscheiden müssen die selber. Also ich verbiete ja keinem, da waren auch schon Spieler da, die sind am nächsten Tag auf den Wettkampf gefahren, waren bei mir und haben zugegeben, eigentlich sollte ich da nicht spielen. Der Druck ist einfach zu groß wahrscheinlich. Genau, und das waren aber für deren Karriere ein wichtiger Wettkampf. Und wir haben beide gesagt, nee, du darfst morgen eigentlich nicht spielen. Von mir aus, nee, spiel nicht. Und der Spieler, weiß ich noch, der hat selber gesagt, nee, eigentlich darf ich nicht spielen. Und am nächsten Tag ist er auf den Wettkampf gefahren. Ja, unglaublich. Das sind ja alles erwachsene Leute letztendlich. Bei Jugendlichen und Kindern muss man dann anders entscheiden. Aber, ja, das bleibt denen selber überlassen. Und ich publiziere ja keine Namen von Spielern. Und ich habe auch bisher auch keine Sportarten in dem Sinne publiziert. Mir geht es eher darum, Faktoren zu finden, die man einsetzen kann für die Diagnose. Deshalb steht da kein Sport oder Verein im Vordergrund, den man da jetzt irgendwie an Pranger stellen muss. Wenn man jetzt nicht zum Beispiel wie im Profifußball Ärzte hat, die da direkt hingesprintet kommen und zu gucken, sich den genau zu untersuchen, fast alle im Amateurbereich, sei denn Marie, die zufällig jetzt einen Arzt in ihrer Mannschaft hatte oder eine Ärztin. Was würdest du denn jetzt trotzdem denjenigen raten, wenn sie sagen, na, Verdacht auf Gehirnerschütterung. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass nur Pause an sich vielleicht gar nicht das Beste ist, sondern vielleicht nach einer gewissen Pause wieder so leichtes Training schon vielleicht gut sein sollte. Was würdest du jetzt einfach mir sagen, wenn ich jetzt mit Verdacht auf Gehirnerschütterung den Sport gerade abbreche? Wie lange sollte ich Pause machen? Wie kann ich schnell wieder fit werden? Am besten ist wahrscheinlich erst mal ein, zwei Tage Ruhe, je nachdem, wie stark die Schmerzen sind. Und dann kann man durchaus wieder aktiv werden. Zum Arzt gehen aber auf jeden Fall? Arzt gehen auf jeden Fall, abklären lassen, klar. Und dann, wenn man jetzt an so Aktivität denkt, kann man durchaus mit Spazierengehen anfangen oder irgendwann, wenn es kein Auslöser für weitere Symptome ist, durchaus weitermachen. Ich würde je nach Sportart dann abraten, in den Sport alsbald, sagen wir jetzt mal, zwei Wochen einzusteigen, weil der Sport hat halt das Problem, die Spieler den weiteren Gehirnerschütterungen auszusetzen. Also im Fußball ist der Kopfball, im American Football sind es die Treffer. Also davon würde ich erst mal abraten. Bei uns ist es immer das Vorgehen, wenn dann Spieler wie jetzt gestern oder vorgestern einer tatsächlich da war, erst mal Pause zu machen, sich aktivieren, in Rücksprache mit den Vereinsverantwortlichen, den Physios meist, abzuklären, wie man sich fühlt. Und eine Woche später kommen die dann nochmal. Und dann gebe ich denen so eine Einschätzung und je nachdem, wie schlimm die beschriebenen Symptome sind, empfehlen wir dann noch weiter, vielleicht ein MRT zu machen oder doch zum Neurologen zu gehen. Also abklären lassen, nicht direkt in den Sport zurückkehren. Da ist die größte Gefahr, dass ich eben wieder eine Gehirnerschütterung habe. Und dann letztendlich in einem Zeitraum von mindestens ein, zwei Wochen denken. Also letztendlich nicht zu denken, okay, jetzt einen Tag zu warten, Kopfschmerzen sind weg, okay, ich stehe wieder auf dem Feld. Also mal die Perspektive ändern, andere Denke bekommen, ein, zwei Wochen Pause und dann kann man wieder an Sport denken. Also Sport in dem Sinn, zurück in dem Sport, wo ich wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Wir sind im Prinzip am Ende der Sendung, der Folge. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn jetzt die Hörerin oder der Hörer denkt, oh Gott, jetzt lasse ich das aber mit dem Kontaktsport oder mit dem Fußball immer mal komplett bleiben. Wie häufig sind eigentlich Gehirnerschütterungen beim Skaten? Vielleicht schwenken dann die Leute der da dahin um oder ist das eher selten? Gute Frage. Also ich glaube, Skaten ist dahin noch nicht gut genug erforscht. Und tatsächlich musste ich es mal, kürzlich habe ich eine Studie recherchiert, wo es um Verletzungen generell ging. Weil wenn man selber Skater ist, dann wird man immer konfrontiert mit der Sache, ah ja, Skaten, da tut man sich ja in der Regel weh, da fällt man viel. Und da wollte einer die Stadt überzeugen, Skateparks versus Fußballplätze zu bauen. Und dann habe ich mal recherchiert, wie viele Verletzungen passieren eigentlich pro Stunde im Fußball versus wie viele passieren im Skaten. Und da war pro tausend Stunden Exponierung waren es 36 Verletzungen im Fußball, aber nur eine im Skaten. Also von dem her. Ah, gute Alternative. Aber ich muss auch zugeben, ja genau, erstmal spricht es für Skaten. Aber man muss natürlich auch gestehen, Skaten ist erst seit kurzem olympisch. Da gibt es meine Einschätzung nach, ich habe jetzt noch nicht viel recherchiert, wenig Forschung würde ich spontan sagen. Ich habe da zu Verletzungen ein bisschen was gefunden, aber es war auch nicht viel. Das waren zwei Studien, die sich mal Verletzungsbilder angeguckt haben. Aber es sind natürlich meist Knöchelverletzungen, umgeknickt und so weiter. Schleifonen und so vielleicht auch. Und zu Gehirnerschütterungen habe ich noch nicht viel gefunden. Dennoch fahren Skater seit jeher mit Helm in der Halfpipe. Implizit haben sie es wohl für sich selber entschieden. Das ist sicherer und würde ich auch empfehlen. Insbesondere jetzt gibt es den Trend im Skateboarden. Früher wurden viel Holzrampen gebaut. Jetzt ist der Trend zu verstärkt Beton. Und da ist natürlich auch nochmal, wenn man viel auf Beton fährt, der Helm durchaus zu empfehlen. Deshalb ist es bei uns im Betriebssport auch, um das nochmal zu relativieren, so verletzungsarm, da skaten wir meist in der Turnhalle. Und die weichen Böden in der Turnhalle, die sind dann doch verletzungsfreundlich, was Skaten angeht zumindest. Aus Erfahrung spreche ich da, nicht als Wissenschaftler. Aber trotzdem, ja, man fällt hin. Das ist ein Sport, wo man viel hinfällt. Das ist auf jeden Fall. Also, je nachdem. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke auch. Vielen Dank. Das war Folge 16 von Eine Runde mit. Ich muss ja zugeben, vor dem Gespräch mit Ingo, da wusste ich relativ wenig über Gehirnerschütterungen. Ich fand es spannend zu hören, wie wichtig die richtige Prävention und die richtige Diagnose im Akutfall ist. Und dass man mit den richtigen Maßnahmen Folgeschäden gut vermeiden kann. Ich hoffe, euch hat die Folge auch viel Spaß gemacht. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal.